meine damen und herren herzlich willkommen zur dritten folge CSGO so ja gehen wir halt in diese Richtung lang nein, so, ja, jetzt, papa Mann, was ist denn los? Was ist denn los? Wie lange? Ja, warum nicht? Ja gut, wenn die schon alles verlieren Oh! Scheiße! Nein, das war doch Ja gut, dann steht der FK bei denen Und den Krieg, ah, nicht ganz gut Aber allzu schwierig sollte das nicht werden für die zwei Ja, super! Erste Runde schon mal gewonnen Es muss nur noch der Rest auch so gut laufen Komm Oh! 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 Oh Ja super, zweite Runde auch So kann es keiner weiterlaufen Hier lang Nein, das war doof, das war ganz doof Wie viel Kohle haben wir? 3.350 Im Moment, das ist schon mal nicht schlecht Der ist auf K Dann ist nur noch ein Gegner Schauen wir mal bei dem zu Okay, so 6.000, das ist doch mal eine rechte Zahl So, eine ordentliche Zahl, da kann man sich ziemlich was schönes kaufen Man verletzt die halt die AWP Aber keine Rolle So Ich bin ein paar Worte. Nein, der hat mich getroffen, Mensch, das haben wir so gut gemacht, haben wir sogar alles gut gemacht, Junge, das war ja mal gut gespielt, eine ganz feine Sache, ähm, was holen wir uns, 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 was holen wir uns die, ah, nein, nicht das, guck so. Puh, gehen wir nochmal da lang, so. Es ist verdammt eng hier, wisst ihr das? Er kommt, Leute, habt den da hinten schon gesehen. Wir kommen, wir kommen. Das war sehr, das war's. Das war fucking close So So muss das laufen Komm, 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 geht mir los Jetzt Da war einer Warten Oh Nein Warum war denn da noch einer Oh, da waren noch ein paar Sehe ich gerade So Schauen wir Beim Dem zu Beim besten Spieler In den Teams Wie viele Kills hat er? 16 Ich habe nur 6 Oh Von hinten Oh Gar nicht gut Der nächste von hinten Und der Nerf den Auch von hinten Aber nicht ganz So Wo ist der letzte? Da ist er Und Er sieht Ja Er sieht ihn Aber er sieht ihn So Also im Moment läuft ganz gut Nee Die wollen wir nicht Sorry Heute Nicht Heute darfst er Gingens wir Anders haben Aber nicht Ich Nein Nein Ich bin Ich bin Zu spät reagiert Ja Aber er hat ihn noch gewohnt Sehr gut Jetzt wird spannend Natürlich Der hat nur noch 18 HP Und er hat noch einen gewohnt Sehr gut Ja Super So Also Diese Runde läuft eigentlich ganz gut Und ich bin auch nicht all zu schlecht dabei So sollte es eigentlich Jedes Mal sein Ja Danke Da kommt sicher auch Auch noch einer Den Da war noch einer Kommt da noch einer Nein da kommt keiner mehr Der ist Der ist Der ist Der ist Der Woll hab Das ist Der ist Der ist Das ist Dann holen wir, gehen wir mal in diese Richtung, aber hier scheint, oh, auch keiner zu sein. Nein, nein, er hat mich noch gekriegt, das darf ja nicht wahr sein, egal, wir haben gewonnen. Das ging ziemlich schnell. So, liebe Leute, vielen Dank, wir haben jetzt die 285 Abonnenten erreicht und ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, Tschüss.